Hier wollte ich immer schon mal stehen. Ja, ich habe es ja schon während des Demonstrationszuges gesagt, wir durften leider hier mit dem Lastwagen nicht vorfahren, aus Sicherheitsgründen. Deswegen, und weil wir ja wie gesagt auch nicht so reich sind, haben wir hier diese schöne provisorische Bühne aufgebaut. Und damit es gute Pressefotos gibt, ist hinter uns die Waschmaschine. Willkommen vor dem Bundeskanzlerinnenamt. Wir beginnen jetzt mit unserer kleinen Abschlusskundgebung. Und wir haben ja wirklich doch Glück gehabt mit dem Wetter. Wenn man so an gestern denkt, haben wir es doch gar nicht so schlecht getroffen heute. Und wenn wir alle fleißig weiter demonstrieren, kommt auch der Frühling. Als erste Rednerin möchte ich ganz herzlich begrüßen Dr. Sabine Schiffer. Sie ist vom Institut für Medienverantwortung und hat jetzt das Wort. Ja, wir haben uns hier versammelt, um uns alle gemeinsam zu versichern, dass Krieg eben nicht Friedenssicherung ist. Und Krieg darf kein Mittel der Politik sein. Der Humanistan-Mythos hat sich so langsam abgenutzt. Es spricht sich rum, dass die humanitären Informationen, die sogenannten humanitären Interventionen, Krieg und Leid in die Länder tragen, die auf dem Plan bestimmter Interessen stehen. Es steht ja schon in den verteidigungspolitischen Richtlinien. Es geht um die Aufrechterhaltung des freien Welthandels und des ungehinderten Zugangs zu Märkten und Rohstoffen in aller Welt. Zwar werden immer wieder mal noch Menschenrechtsverletzungen bemüht, um für Kriegseinsätze zu werben, aber die Begründungen wechseln inzwischen schneller als die Waffengattungen. In Mali warnte man feindbildkonform vor Rückzugsgebieten für radikale Islamisten, die es natürlich zu verhindern gelte, während man in Syrien vor Bashar al-Assad warnt und mit Islamisten faktiert. Notfalls gibt man auch vor, die ein oder andere muslimische Frau vor ihrer Kultur befreien zu wollen, aber inzwischen setzt sich vor allem ein Argument als effektive Manipulationsstrategie durch. Es wird versucht, für Solidarität mit unseren Soldaten zu werben, um den Krieg letztendlich doch noch salonfähig zu machen. Ja, aus Sympathie mit unseren Soldaten und zum Wohle derer körperlichen Unversehrtheit sollen wir gar für den Kampf und Einsatz von Kampfdrohnen sein. Offensichtlich wollen wir Drohnenkönig Obama nacheifern und auch hier mithalten können, um bei Rüstungsexporten und dem Verteilen der jeweiligen Kriegsbeute auch dabei zu sein. Das hat man wahrscheinlich aus Libyen gelernt, wo Deutschland allzu störend pazifistisch auftraf. Was die Soldaten anbelangt, so verhindert das vermeintlich saubere Töten mit Joystick und am Bildschirm jedoch nicht psychische Notstände. Die lassen sich jedoch leichter ignorieren, als die leicht sichtbaren physischen Versehrtheiten unserer Soldaten. Schließlich muss man heute nach dem Abschaffen der Wehrpflicht und dem Aufstocken des Werbebudgets für unsere einstige Bundeswehr den Beruf des Tötens als attraktiv und lukrativ erscheinen lassen und nicht etwa als gesundheitsgefährdend. Bei den Menschen in den überfallenen Regionen geht es freilich nicht um deren Unversehrtheit und um das wichtigste Menschenrecht, nämlich das Leben. Dass Zivilisten um ein Vielfaches mehr zu Schaden kommen als Soldaten, hat endgültig den Humanistan-Mythos als das entlarvt, was es ist. Eine reine Lüge. Der letzte Irakkrieg kostete an die 5000 US-amerikanischen Soldaten das Leben, doppelt so vielen irakischen Soldaten und über Hunderttausenden von Zivilisten. Andere verloren ihre Existenz und ihre Gesundheit und das geht auch weiter so durch die verseuchte Umwelt, die wir hinterlassen, nicht zuletzt durch Oran-Munition mit kaum messbaren Schäden. Wir sagen Schluss mit eurer Heuchelei und euren Lügen. Und wir fordern keine Kampfdrohnen für die sogenannte Bundeswehr und für niemanden sonst. Die Fähigkeiten, um computergeschützte Kampfsysteme zu bedienen, werden heute schon im Kind- und Jugendlichenalter am heimischen PC geübt. Wenn man zum Beispiel das Computerspiel Crisis 2 spielt, das von Kulturstaatsminister Neumann mit dem hochdotierten Computerspielepreis ausgezeichnet wurde. Vielleicht kein Zufall, denn es wird von der Firma Crytek entwickelt, die auch für ihre Kooperation mit Militärs und für die Erstellung von Simulationssoftware bekannt ist. Schließlich üben verschiedene virtuelle, es ist keine Exklusivität, das machen viele, und das ist schlimm genug, denn es üben verschiedenste virtuelle Ego-Shooter und auch Strategiespiele, die Fähigkeiten zur Bedienung der Playstations ein und schulen die Feindbildwahrnehmung. Momentan vor allem Muslime und Asiaten. Die Playstations ähneln dem modernen Arbeitsplatz eines Soldaten erschreckend. So bereitet man nicht nur die Illusion von sauberen Kriegen vor, sondern man hüllt auch den gesellschaftlichen Konsens aus, dass nämlich Krieg kein Mittel der Politik ist. Und das tut man ganz gezielt in der nächsten Generation. Darum Schluss mit der Förderung gewaltverherrlichender Medienprodukte. Hollywood, schon seit Jahrzehnten und auch die hiesige Filmindustrie, nicht zuletzt Til Schweiger, leisten ihren Beitrag zur Einstimmung für kriegerisches Heldentum, Militär und Gewalt als Mittel der Konfliktlösung. Dennoch steht das Töten als Beruf nicht hoch auf der Wunschliste der Schulabgänger. Auch das Kriegsspiel am heimischen Computer hat sich bisher als wenig durchschlagkräftig erwiesen, was die Rekrutierung von Soldaten anbelangt. Deshalb investiert die sogenannte Bundeswehr viel Geld in Werbemaßnahmen und tritt dabei in Schulen und Jobbörsen als Arbeitgeber auf, der natürlich gut finanziell unterfüttert wird. Teure Werbekampagnen werden finanziert, wie zum Beispiel in der Jugendzeitschrift Bravo, wo man dann für Fun und Abenteuer geworben wird, so als wäre der Krieg geradezu ein Abenteuercamp. Darum fordern wir Schluss mit der aggressiven und manipulativen Werbestrategie. Und Bundeswehr raus aus den Schulen und weg von den Jobbörsen. Auch das Bundeswehrorchester mit seinem multikulturellen Anstrich in Form einer schwarzen Sängerin dient allgemein der Imagepflege und auch als Rekrutierungsmaßnahme. Nämlich dann, wenn es von dem Truck Karriere Bundeswehr begleitet wird. Dort findet man, was wir aus anderen Ländern auch schon kennen, dass man nämlich eine gute Ausbildung versprochen bekommt. In Zeiten von Wirtschaftskrise und Jobs im Niedriglohnsektor ist das vielleicht ein attraktives Angebot. Diese Ausbildung erhält man dann, wenn man bereit ist, sich an den sogenannten Auslandseinsätzen zu beteiligen. Hinter diesem vermeintlich seriös klingenden Wort steckt jedoch militärisches Eingreifen überall auf der Welt, jenseits von grundgesetzlicher Landesverteidigung und Völkerrecht. Und während Oberst Klein noch fürs Töten von Zivilisten bei Kunduz befördert wird, muss Major Pfaff, der sich weigert, völkerrechtswidrigen Dienst zu tun, auf Aufstieg verzichten. Wir fordern darum nachdrücklich den sofortigen Rückzug deutscher Soldaten aus allen Einsätzen und die Einhaltung des Grundgesetzes, das Auslandseinsätze nicht vorsieht. Und wir fordern die Stärkung von Grundgesetz und Völkerrecht durch die Ahndung von Verstößen. Wenn nämlich eine hochgelobte sogenannte Parlamentsarmee Befehle ausführt, die als Parlamentsbeschluss daherkommen, die aber weder von der Verfassung noch vom Völkerrecht gedeckt sind, dann handelt eine solche Armee nicht legitimer als die einer Diktatur. Wie leicht die sogenannte Bundeswehr in kriegerische Auseinandersetzung geraten kann, lässt sich beispielhaft an der Installation von Patriotraketen in der Türkei nachvollziehen. Wie sich so langsam herumspricht, stammt die Bombe für den Anlass der gesamten Aktion, nämlich ein Angriff auf die Türkei im letzten Jahr, aus NATO-Bestand. Diese Bombe kann mitnichten auf das Konto der syrischen Führung gehen. Wenn aber die Begründung für die Stationierung von Abwehrraketen an der syrischen Grenze manipuliert wurde, was ist dann das Ziel des ganzen Manövers? Wir fordern Abzug der Patriotraketen aus der Türkei und Hände weg von Syrien. Stellen wir uns mal vor, wie Afghanistan heute aussehen könnte, wenn man die jährlichen 150 Milliarden US-Dollar für den Krieg allein in andere Wirtschaftszweige dort investieren würde. Wenn sich auch so manche Entwicklungshilfe schon als neokoloniales Projekt entpuppt hat, so bietet die Militärintervention als angebliche Übernahme von Verantwortung im Sinne der Responsibility to Protect sicherlich keine Alternative. Statt aber zivile Wirtschaft zu fördern, verhindert der Lobbyismus bestehender Großkonzerne und politischer Pressure Groups eine zukunftsorientierte und nachhaltige Entwicklung. Fast könnte man das Hätscheln von Rüstungsindustrie und Militär für eine Wirtschaftsfördermaßnahme aus längst vergangenen Jahrhunderten halten. Das Beispiel Rüstungsexporte zeigt jedoch, dass Wirtschaftswachstum keine Messgröße für Glück auf Erden ist. Ganz aktuell wird der Wirtschaftsstandort Deutschland auch durch Waffenlieferungen in den Nahen und Mittleren Osten gefördert. Entgegen früherer Verlautbarungen denkt man inzwischen ganz offen darüber nach, auch Lieferungen in Spannungsgebiete zu unternehmen, etwa nach Syrien. Ziel solcher Lieferungen sind bisher bereits Israel, Saudi-Arabien, Kuwait, Katar, um einige Beispiele zu nennen. Dass die Waffeln einmal gegeneinander gerichtet werden können, verspricht weiteren Absatz. Ein gutes Geschäft, vorübergehend und kurzsichtig. Das Pulverfassener Ost wird also auch von Deutschland aus befördert und mit deutschen Lizenzen produzierte Kleinfeuerwaffen aus Saudi-Arabien landen nicht selten in Afrika in Kinderhände, die nicht das zweifelhafte Glück haben, nur am heimischen Computer zu töten und getötet zu werden. Wir fordern Schluss mit Rüstung und Rüstungsexport und die Etablierung einer gerechten Weltwirtschaftsordnung als einzige realistische Präventionswarnsnahme gegen Eskalationen. Über die Privatisierung im Hochschulbereich, in der Lehre, in der Bildung und der Notwendigkeit, sogenannte Drittmittel für die Forschung einwenden zu müssen, gibt man potenten Geldgebern einen Vorsprung, ihre Forschungsinteressen durchzusetzen. Das befördert weiterhin die Militarisierung, eben auch im Bildungsbereich und wiederum mit der Zielgruppe junger Menschen, die schnell lernen, wo man Geld verdienen kann und womit nicht. Dabei sind die Verzerrungen im Wettbewerb hausgemacht und könnten auch menschen- und umweltfreundlichen Vorgaben folgen. Zu allem Hübel bröckelt der gewerkschaftliche Widerstand gegen die Kriegswirtschaft. Die GB-Chef Sommer geriert sich als Teil einer angeblichen Sicherheitsindustrie. Ihm scheint die Sicherheit von Arbeitsplätzen in einer militärisch ausgerichteten Wirtschaft offensichtlich krisensicherer zu sein. Wenn aber die Vertreter der Arbeiterschaft nicht mehr deren langfristiges Wohl im Auge haben, wenn die Lobby der Lohnarbeiter ins gleiche Horn stößt wie die Lobbyisten der Kriegswirtschaft, wer vertritt dann noch unsere Interessen? Die Interessen der Mehrheitsbevölkerung, der Menschen, die das Fazit aus den Kriegen gezogen haben, dass nie wieder Krieg herrschen soll und wir dringend eine Umwandlung lebensverachtender Waffen und Jobs in lebensfreundliche Tätigkeitsfelder brauchen. Wir sagen Nein zum Schmusekurs mit Kriegsministern. Und wir fordern, zusammen mit Gewerkschaften und Betriebsräten müssen Konversionsprogramme aufgelegt werden. Leider verrichten viele unserer Medien ihre Aufgabe als vierte Gewalt nicht. Nicht nur, dass sie sich scheuen, kritische Fragen über geostrategische Interessen und wirkliche Zusammenhänge hinter Kriseninterventionen zu stellen, sie befeuern teilweise gar noch oft direkt das Kriegsgetrommel. Da werden unsere Politiker ins Kreuzfeuer genommen, warum sie in Mali nur Transport- und Aufbauhilfe leisten wollen oder warum man in Syrien immer noch nur zuschaut. Was soll man anderes tun? Vielleicht haben die Redaktionen von Tagesschau und Heute-Journal noch nicht erkannt, dass eine ihrer Informationsquellen, der arabische Sender Al-Jazeera, zu einem Instrument seines Finanziers, des Emirs von Katar geworden ist. Der einst demokratieversprechende Sender ist spätestens seit den Kriegsvorbereitungen in Libyen auf Kriegskurs und stützt die katharische Bündnispolitik im Nahen Osten. Das muss man ebenso ernst nehmen wie die Tatsache, dass Krieg nun einmal keinen Frieden bringen kann, wie wir unter anderem ein Auseinanderbrechen des Iraks ja sehen. Aber während die Lage in bestimmten Krisengebieten, zum Beispiel Afrikas, auf die man ganz gezielt unsere Aufmerksamkeit lenkt, oder auch in Syrien die Situation völlig unübersichtlich ist, scheint für ARD und ZDF und auch die privaten Medien die Lage stets klar. Man verlautbart NATO-freundliche Statements im Sinne einer westlichen Dominanz. Bleiben wir standhaft. Unterstützen wir die Medien, die kritisch und humanistisch ausgerichtet sind und die Finger in die Wunde der Lügen legen. Und bleiben wir standhaft und fallen nicht auf die Rhetorik der Herrschenden herein, die Krieg als legitimes Mittel der Politik verkaufen wollen. Es gibt keinen gerechten Krieg. Eine gerechte Politik aber gibt es. Und die wollen wir. Danke. Danke. Dankeschön.